Ich habe im letzten Jahr insgesamt für Stromverbrauch, Zählergebühren und sonstiges 160 Euro bezahlt. Das war es im gesamten Jahr. Und ich glaube, da kann man nicht meckern. Mein Name ist Tobias Schellenberger. Ich habe auf meinem Scheunendach seit knapp zwei Jahren jetzt eine Photovoltaikanlage von der Firma BSH installiert. Zu der Firma BSH bin ich letztendlich durch Zufall gekommen, weil ein Nachbar von mir sich beruflich verändert hat, zur Firma BSH gewechselt hat und wir darüber erst mal ins Gespräch kamen. Dadurch, dass es natürlich ein Nachbar, ein Freund von mir ist, der Ralf Müller, habe ich den gelöchert von vorne bis hinten mit Fragen. Und ich bin perfekt beraten worden, wenn ich heute noch Fragen habe, rufe ich ihn an und frage ihn. Ich habe mir verschiedene Angebote eingeholt, habe die Preise verglichen. Für mich gibt es so einen Satz, der, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, die Firma BSH war geringfügig teurer als andere Anbieter. Das Entscheidende war, dass die Firma BSH alles aus einer Hand liefert und es auch tatsächlich so wie versprochen gelaufen ist. Ich bin von Anfang bis Ende über alles informiert worden. Ich bin auf dem Laufenden gehalten worden. Und es ist alles Hand in Hand gelaufen und das bestätigt letztendlich mir auch im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Es gibt keinen Punkt, wo ich mich über irgendwas beklagen kann und muss. Sogar als im Nachgang die Photovoltaikanlage schon in Betrieb war und ich dann an einem Sonntag festgestellt habe, up, das tropft an einer Stelle in meine Scheune rein. Da habe ich dann in dem Fall den Herrn Müller angerufen, habe gesagt, Mensch, ich habe da ein Problem. Es kam am Sonntag im triefenden Regen ein Herr Katzenberger vom 24-Stunden-Dienst der Firma BSH ist im SIF-Regen oben aufs Dach geklettert, hat dort oben irgendwelche Ziegeln zurechtgerückt, Kabel verändert, noch was isoliert irgendwie, Kaffee getrunken und Fort Ware und alles war in bester Ordnung. Und das sind so Dinge, wo ich sage, ja, das ist der Unterschied zu einer Firma, wo ich Stückwerk habe. Ich bin zufrieden und alle Bekannten bis jetzt, denen ich die Firma BSH empfohlen habe, die mit der Firma BSH ins Geschäft gekommen sind, sind alle ausnahmslos genauso zufrieden wie ich. Ich bin zufrieden und alle ausnahmslos genauso zufrieden wie ich.